Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker Finmarx. Ich handel 60 Sekunden bis 2 Minuten mein Starttrade beträgt 2000 Euro. Als nächstes suche ich meinen passenden Trader Meta Trader 5 nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung der Tagesnews und meiner Indikatoren. US-Dollar, Kanadisch-Dollar, sieht ganz gut aus allerdings muss der Kurs noch steigen. Euro-US-Dollar, sieht auch gut aus, aber auch hier müsste der Kurs noch steigen. Klik 750 Euro. Klik 2. Klik 3. Klik 3. Klik 3. Klik 3. 3. Pfund, Astralis, Dollar. Hier steige ich ein. Und noch mal. 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 Wer sich für meine Strategie interessiert, kann sich noch bis 31.12.2021 für einen Platz bewerben. Sieht gut aus. Perfekt. Bis zum nächsten Mal. Adios. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.